Hi, hi! Ich bin unterwegs mit einer tschechischen Bahn und zwar führt sie mich von Berlin nach Hamburg. Eine EC-Bahn. Und das ist immer toll, weil noch bis jetzt habe ich mein Abteil für mich alleine. Habe mich auch gerade schön hier mit tollem Essen eingeteckt und freue mich auf jeden Fall, dass es wieder nach Hamburg geht. Also jetzt erstmal zumindest. Und ja, bis ganz bald. Ciao! Bis zum nächsten Mal.